Ihre Tochter ist im Augenblick gelähmt. Der Befund ist günstiger als ihr Verhalten. Sie muss wollen. Du kommst in diese Superklinik und dann läufst du bald wieder rum. Was macht ihr eigentlich hier? Der Räume? Der motiviert Leute wie dich. Ich hab sie hierher gebracht, damit du wieder anständig laufen kannst. Ich wollte eigentlich mal Tänzerin werden. Du darfst wieder am Ballettunterricht teilnehmen. Ich werde versuchen, dich meiner Lehrerin vorzustellen. Ich werde Tänzerin. Du bist aufgenommen. Du kannst mehr. Man wird nicht Tänzerin. Man ist Tänzerin. Wenigstens eifersüchtig darf ich sein, oder? Okay, vielleicht ist es meine Schuld. Ich bin immer lustig, hab immer einen Spruch drauf. Jakob? Jakob ist natürlich ein ernsthafter Künstler. Also, du bist für Paris. Die Kralova hat mir noch nie eine Schülerin empfohlen. Du bist zu jung für den Beifahrer. brauchst du mit. Warst du um土 Luft? Warst du imizzast aus dem biomarer? Warst du im unbox tresen Essout? Warst du Applications? Warst du uncle merit Tap wir mit. Warst du heir話, und warst du zurück. Warst du甜 получare Kraft. Vielen Dank.